Mein Name ist Mirz. Ich bin der Pilot von diesem Chef. Wir hatten eine Bruchlandung auf einem unerforschten Planeten. Wir sind die einzigen Überlebenden. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber da draußen ist etwas. Etwas Außerirdisches. Wir müssen zum Rettungsschiff. Rettungskapsel, Position unbekannt. Wir müssen leise sein. Leise. Und weitergehen. Ich bringe uns nach Hause. Nach Hause, Familie. Bereit. Lauf! Starte das Chef! Sieh mich an. Sieh mich an. Sieh meines Geri. Sieh mich an. Kinder.